Jeff Bezos bleibt die Unendlichkeit des Universums. Jeff sieht sein Engagement für Blue Origin als eine Form von Philanthropie. Jedes Jahr investiert er eine Milliarde Dollar, um dieses Raumfahrtunternehmen zu finanzieren. Blue Origin soll die Technologien erfinden, die die Besiedlung des Weltraums ermöglichen. Jeff sagt, er wolle im Weltraum dieselben unternehmerischen Qualitäten unterstützen wie im Internet. Er sieht das als Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Es ist eine öffentliche Leidenschaft, die auf persönlichen Interessen beruht. Blue Origin ist für ihn etwas, das er zukünftigen Generationen hinterlassen möchte. Denn es könnte ihnen erlauben, eines Tages den Planeten zu verlassen. Ich glaube und ich bin jedes Jahr mehr davon überzeugt, dass die Raumfahrtfirma Blue Origin meine wichtigste Arbeit ist. Jeff Bezos, dessen Geschäftsmodell auf ständiger Expansion beruht, hat eine heroische Vision. Er sorgt sich nicht so sehr um die endlichen Ressourcen unseres Planeten oder seine Überbevölkerung. Vielmehr glaubt er, dass ein Stillstand seines Blue Origin-Programmes die größte Bedrohung für das Leben aller darstelle. Anstatt Ressourcenknappheit und Armut zu bekämpfen, sieht sein Rettungsplan für die Menschheit vor, den Weltraum zu erobern. Juni Untertitelung des ZDF, 2020